So, Lois, jetzt darfst du wieder tippen. Guck mal hier, Porto aus Portugal und hier Bärwurz aus Deutschland. Gut aufgepasst? Also, denn geh mal weg. Lois, bist vorbereitet? Komm her! Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Deutschland eindeutig in Führung. Jetzt machen wir gleich die Gegenprobe. So, nach dem Seitenwechsel geht es in die zweite Halbzeit. Das sieht schlecht aus. Diesmal scheint Portugal in Führung zu liegen. Ich hoffe, das gibt nicht das gleiche Debakel wie gegen Frankreich. Schauen wir mal.